Jo Leute, wir sind gerade auf dem Weg nach Bocholt, werden heute mal ein bisschen die Skylounge abchecken. Das erste Mal ein Auftritt ohne Cap, ich fühle mich gar nicht so wohl. Ein Spaß beiseite, checkt das einfach mal ab, vielleicht habt ihr Spaß, dass ich mehr solche Videoblogs mache. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das heißt, wir müssen erstmal den Schlüssel holen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.